Mats Mikkelsen, schön Sie wiederzusehen und ich weiß ja, Sie sprechen eigentlich ganz gut Deutsch. Weil ich trinke, ja. Wo haben Sie Deutsch gelernt? Ich habe zwei Filme hier gemacht, aber ich habe alles vergessen. Wirklich? Das klingt perfekt. Nein. Doch. Du lügst. Gestern Abend waren Sie essen. Was gab es zum Essen? Ich glaube, wir waren in einem italienischen Ort und ich habe eine Schacullerie und ein paar Pasta. Es war sehr schön. Ich weiß nicht, wo es war. Aber hast du Spaß gemacht, dass du nach Deutschland wieder in Deutschland kennst und alle die Leute hier kennst? Ja. Ich meine, Deutschland ist mein zweites Haus, das ist unser große Nachbar. Und so haben wir viel in common. Ich habe wirklich Spaß gemacht, hier zu sein. Ich habe immer noch gearbeitet. Und dann hat Köln ein Filmfestival und die Leute kommen. Also wir waren gegründet und es war perfekt, dass wir hier hier unterstützen. Und es ist sehr großartig, dass es hier ein Filmfestival gibt, weil ich weiß, dass Cannes und Venice auch wurde. Also es ist großartig, dass wir es umgehen können. Ja, es ist fantastisch. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es gibt viele Strict-Rules und das ist wie es muss. Aber wenn die Leute versuchen, um ein Physikfestival zu machen, dann denke ich, dass wir die Chance haben. Wir sollten definitiv kommen und unterstützen. Und in deinem Film, ich denke, dass du sehr viel Spaß gemacht hast. Wie viel Spaß war es für Martin für dich? Der Charakter hat sich nicht viel Spaß gemacht. Er ist in der Zeit, in dem der Train hat die Station verlassen und er hat die Train verlassen. Und er realisiert, dass er nicht vergessen hat, wie zu leben. Also der Charakter hat sich nicht viel Spaß gemacht. Aber ich war mit drei meiner sehr guten Freundinnen, also wir haben viel Spaß gemacht. Hast du, dass Martin, in irgendein Art und Weise, es könnte vielleicht helfen, zu bekommen, bevor es zu arbeiten? Das ist das, was wir versuchen, etwas Licht anzunehmen. So, die Idee ist, dass du deine Kreativität verbessern kannst, wenn du nur ein paar Drinks hast. Und es ist sicher, dass es richtig ist. Obwohl, zwei ist nicht genug, und dann zwei wird vier, oder acht wird. Und dann sind die Dinge passiert. Aber hast du vielleicht auch ein paar Situationen in deinem Leben, wo du auch ein paar Drinks gemacht hast, weil es hilft, in der Rolle zu gehen? Nein, nicht in mein Arbeit. Das funktioniert wirklich nicht so. Du kannst dich in deinen Ideen sein, wenn du schreiben kannst, wenn du Musik schreibst. Aber wenn du, als ein Actor, auf dem Set zu arbeiten, und wirst du drunk arbeiten, dann funktioniert das nicht. Okay. Hast du vielleicht noch einige lustige Momente, während der Filme des Films? Ich glaube, da waren viele lustige Momente. Ich meine, wenn du anzunehmen und spielst, ist es immer eine schwierige Sache. Es ist ein Level, wo wir ein bisschen spielst, und jeder weiß, wie es zu tun. Wenn du mit dem, dann ist es einfach, du hast es. 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 頭ohle- Kannst. Wie Mai incorporate? Veien in der秋, ist es. Du hast es. Du hast es. Du hast du mat đ Tag. Wenn du nicht am Set providing? Nicht andersrinseitbar, vom ich dann stattdessenangef Innov. lange Zeit, wo ich nicht arbeite. Ich spende Zeit mit meiner Familie, und ich mache viel Sport, und ich fahre viel Sport, und ich beginne zu bauen, auf etwas, was ich nicht muss, aber ich mag zu bauen. Was hast du gebaut? Meine Frau hat eine kleine Sommerkotage, und wir hatten viele Pläne für das, und wir haben viel Zeit da. Und was sind deine neue Projekte? Willst du vielleicht noch neue Filme kommen? Nein. Wir warten, wir warten, und wir warten, bis nächstes Jahr wird. Wir werden sehen, was passiert. Es ist nichtprediktabel, denn wir sind jetzt in einem Limbo-Land, und wir warten. Aber ist es für dich, weil du so viele Filme in den letzten Jahren gemacht hast, ein bisschen relaxer, oder ist es einfach, dass du vielleicht ein bisschen confused bist, weil du nicht wissen, wann es wird enden, und wie lange die Pandemie wird. Ich weiß nicht, wie lange es wird weitergehen. Ich bin froh, für alle, nicht nur meine Kollegen in diesem Unternehmen, aber für alle, für alle, für alle, für die Gesundheit. Es ist eine Balance, wir müssen finden, und hoffentlich, wir finden das Balance. Me, persönlich, ich bin okay, für jetzt. Ich kann trotzdem payen die Renten. also, ich habe eine lange Zeit, aber wir müssen eine Lösung finden. Okay, und wir hoffen für eine bessere Zeit. Was ist dein Wille für die Zukunft? Für dich, persönlich? Für mich, persönlich? Das ist interessant, weil, wie der Film auch, es ist, ich bin nicht so busy über die Zukunft zu denken, und ich bin nicht so busy über die Zukunft zu denken, über was passiert. Ich versuche, auf die Zukunft, und jetzt, ich habe ein kleiner Hund, und mein Fokus ist auf das. Also, ich versuche, einen Tag zu leben. Okay. Ist der Hund vielleicht der Manns bester Freund? Würdest du mit das cope? Es kann sein. Es kann sein. Ja. Ich meine, Freund und Freunde. Wir sprechen nicht viel, aber ich liebe sie. Great. Vielen Dank, sehr gut zu sprechen, und ich hoffe, dass du dein Zeitpunkt in Cologne und, bitte, sehen Sie morgen, weil es fantastisch ist. Vielen Dank. Vielen Dank.